ja hallo erstmal und herzlich willkommen zu kekse spielt mein kraft dem let's play von niederrhein mitten im kohleabbau ja wir sind in der letzten folge ganz kurz in spontan hier runter gegangen weil wir einfach länger nicht mehr da waren und haben gedacht schau mal kurz nach was es hier noch zu holen gibt weil wir gerade ohnehin einiges an ton brennen müssen wollen natürlich für den backstein bau des des bahnhofes haben wir die zeit und können hier einfach mal direkt ein bisschen weiter ab farmen wer weiß wie viel kohle wir für die ganze sachen noch brauchen das hätte das hätte böse ausgehen können kekse guckst du vielleicht ein bisschen wo du hinläufst nur ganz klein wenig nur so spontan mal ein bisschen nach links und rechts und oben unten vor dem unten wäre hier echt gar nicht so schlicht vielleicht guckst du auf welches werkzeug du benutzt mein gott so viele aufgaben auf einmal wieder ist ja was da machen wir ein bisschen frei da kann man dann darüber das eisen dahinten wollte ich auch noch abbauen soll ich denn noch ein bis weiter kies fahren brauchen wir nicht wir haben jetzt ein bisschen bruchsteine kommen mit dem bruchstein auch da wo ich glaube ich habe das weiß weniger optimal wird sagen wir können ja mal eben spontan der treppe bauen die muss hier sowieso hin hier war noch keine diese als wenn das so gewusst hätte ich hatte natürlich vergessen eigentlich ganz andere pläne hatte ich kann es nicht mitnehmen das geht ja gar nicht dass ich baue hier mal spontaner mauer niemand hat hier die absicht in der mauer zu errichten doch ich jetzt wohl ich jetzt da einfach mal kurz eine mauer hin und wenn wir dabei sind sie doch schüppig aus weißt du was ich hab da so gerade so eine eingebung wir haben noch kisten dabei setzen wir doch da eine hin und packen mal eben die sachen die wir gerade so spontan nicht brauchen das hier zum beispiel einfach mal kurz rein oberte heute bett ist bei braunbett die kohle kann man schon mal hier lassen ich weiß noch nie leitern über leitern gebrauchen kann kann ich das hier ein bisschen angleichen das sieht nicht so schön aus das ist eine höhle die muss sich schön aussehen trotzdem ein bisschen so dass man sehen kann da war ich schon mal machen grafitti drauf keks aber aus hier das will ja keiner sehen weißt du das okay so nein das sollte nicht so das sollte so so ein bisschen treppenmäßig damit wir nachher wenn wir zurückkommen auch wissen wo wir wieder zurück müssen das ist jetzt doof da ist jetzt keine treppe mehr dann machen wir da einer wir sind ja flexibel wir haben ja bruchsteine wobei wir sollten dann durchgang lassen glaube ich bis dahin geht aber noch da 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 kann man hier so noch das wieso passt das jetzt nicht das müssen doch passen was hast du denn jetzt wieder gemacht kekse doch passt doch ich was du willst aber jetzt solltest du zum ende kommen ja weil hier reicht jetzt da kann man raus und dann kann man hier lang und wir wollen ja jetzt hier kein terraforming in der höhle gestalten oder nein das war wirklich nicht das ziel aber ein bisschen einfach mal so rum bauen hier ist manchmal ganz entspannt jetzt wird es hier dunkel die frage auch hier kurz eine mauer hinsetzen da ist in dem gelände da solltest du nicht unterspringen ja wie war das mit dem runter springen das hat ja wieder sehr gut funktioniert so dann können wir hier vielleicht ein bisschen beleuchtung drauf machen hier ist tatsächlich nicht so viel licht und wir waren eigentlich hier hingekommen um dieses eisenerz abzubauen hast du immer noch nicht geschafft weil es mit ablenken es sind so viele ablenkungen hier jetzt aber pass auf dass das das so reicht das könnte da sein lassen und jetzt kommen wir zu klein für diese welt ist nicht wahr ist nicht wahr ich muss nur das passende ansetzen dann klappt das ich sehe nichts ja jetzt die brille auf hoffe ich konnte jetzt nicht jemand rausgefallen hier ist noch ein bisschen kies in der ecke das reicht das reicht kommt hier ist sonst nichts so nur zur beleuchtung auf der anderen seite war doch auch noch das war nur kohle das ist mit schubs die wups haben wir wieder ein bisschen eis eingesammelt wir wollten aber eben in diese andere hülle noch einen blick werfen vorher gucken wir mal eben kurz um die ecke da hinten war noch kohle okay hier bin ich schon mal lang gelaufen insofern und da ist noch ein bisschen eis und bisschen redstone stimmt hier haben wir schon mal ein bisschen diamanten gefahren aber da hinten war ich noch nicht also gehen wir da rein gucken wir von euren freunde kennenlernen weil sie nicht möchte ich das wirklich das ist vielleicht gar nicht so erstrebenswert vielleicht mögen die uns gar nicht ach komm du bist doch so ein netter kerl oder weiß nicht ob die das auch so sehen ist ein bisschen dunkler du war power und slides gold aber ansonsten ist sie nicht so viel oder wenn wir jetzt gerade spontan hier sind werden wir das einfach mal mitnehmen und dann solltest du dich wieder eigentlich den eigentlichen aufgaben widmen das wäre vielleicht sinnvoller ja die da wären den tunnel im meter wo man uns diesen tunnel widmen das ist aber ein bisschen kohle die nehmen aber dann auch mit wenn wir jetzt gerade und redstone es ist rodelt hier ist ich schwitze mich kaputt kann sich gar nicht vorstellen wie heiß das hier ist man man solche arbeitsbedingungen es ist nicht mit der gewerkschaft abgeschimmt das war knapp das war knapp kekse du solltest nicht gold schmelzen indem es in lava schmeißt das ist glaube ich nicht sinnzweck der sache er weiß man es könnte ja lava einmal mit dem dner den rufen stellen könntest du tun du es aber nicht ich habe kein einmal dabei ich will jetzt auch nicht aus dem bissen also ich habe einmal kraften das geht noch weiter noch weiter ist ist gut oder reicht jetzt reicht nicht ist noch mehr kohle ja wenn ich eisen gesucht haben dann habe ich irgendwie nicht ganz so viel gefunden und wenn ich jetzt eigentlich wieder aufhören möchte zu farmen dann finde ich mal eben so ein riesen ding hier kann ja nicht wahr sein alles gut das reicht jetzt sah mehr aus da viel mehr aus die kohle nehmen wir jetzt mit und jetzt machen wir es aber auf mich hier kann ja nicht sein wir können uns noch nicht so lange hier ablenken lassen so erschöpfen sind zwar diese hülle hier gar nicht ja okay das heißt aber auch erst im nachhinein ist ja kann es sein dass du deine nase leines zusätzchen hast du hört sich so leicht nasal an nein nein mir geht's gut mir geht's gut die sachen solltest du trotzdem eben mitnehmen wie viel platz habe ich jetzt was lass ich jetzt hier den ofen die schienen ich glaubt hochstein hochstein lassen wir hier die jurid und dass das kann man auch hier lassen kann man so wie eine einzelne buchsteinmauer kann man das war auch hier kann ich hier irgendwas decken irgendwas natürlich ein klotz erde hier lassen können das vielleicht eine idee dann brauchen den zweiten automatischen ofen und dann noch das gebäude drum herum da war noch was ja wir gucken einfach mal wie weit das mit dem ton jetzt ist wieder aus dem ton schon backstein kann ich den weg sitzen nein kann ich nicht ich habe ja voll also im mental ist voll ich höre da was wie viele pfeile habe ich ja noch okay das reicht noch hoffe ich ja genau gehört oder hallo skeller okay er ist nicht da und dann wollen wir auch gar nicht warten bis einer kommt da ist draußen welche nein das ist wieder alles nass hier okay ganz schnell ganz schnell das schaffst du hoppla hopplop nein da schießt einer auf uns hilfe das bett von gustav ist frei dann nehmen wir das ganz kurz weil es hat ein schief wetter hier das spinne wo ist der fliege wer schießt die auf uns hallo hallo ja es kommt davon hat sich wieder nicht eigentlich zack hast du sonnenbrand okay okay sondern der eine wieso das schild nicht hoch das geht nicht das geht tatsächlich nur ach so schild und bogen zusammen funktionieren nicht so gut okay wissen wir auch haben wir was wieder dazu gelernt weiß ich nur ob ich das zu dazu lernen wollte aber ist egal so guck mal es geht langsam ist aber jetzt nicht so schnell die frage ist wie viel tun werden wir brauchen für diesen ganzen kletterer bauern wir noch einen zweiten ofen ich baue jetzt mal eben dann das zweite mal ein was ist das jetzt hier fehlt aber die kopf freiheit glaubt ja nicht ich habe doch federfall oder nein habe ich hier nicht kein federfall warum habe ich kein federfall ist egal hast du jetzt halt nicht musst du vielleicht noch besorgen da möchte ich eine kiste hin habe ich brauche drei trichter so pass auf dann gehe ich erst mal eben da rein schmeiß mal kurz das eisen hier in den schmelzofen da siehst du da passt noch was rein da passt noch was da rein da ich habe dabei nicht genug ich habe nicht genug holt ist egal gucken wir heute hier haben die schuppe lasse ich auch hier kann ich die eigentlich ineinander setzen ich glaube wie viele erfahrungspunkte habe ich 22 solltest du vielleicht mal eben nachschauen jetzt mal eben so eine idee ich brauche das material was ich mit zum bahnhof möchte eben kurz zwischen bahnhof 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 das weiß ich noch nicht ob ich das für ein bahnhof brauche das den ofen brauche ich glaube ich nicht so ein bisschen mehr freiheit wir müssen ja arbeiten können so können wir nicht arbeiten haben wir backsteine so wie können wir dahin setzen direkt dahin als erinnerung da ich nachher noch ganz viele andere holen muss ja manchmal brauche ich solche kleinen erinnerungen das kann da oben rein wir brauchen so viel zu essen brauchen wir auch gar nicht das steak ups so viel steaks habe ich hier ofenkartoffeln noch mehr ofenkartoffeln mann 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 so ein ofen hätte ich gerne das ist richtig so dann hätte ich ja noch ein bisschen mehr holz ach komm was soll der geiz alles alles da rein wir brauchen ja ein bisschen kisten und dann brauchte ich drei trichter 1 2 3 1 2 3 und noch mal und sowieso und da auch mit ein bisschen übung da ja es ist immer besser kekse dran glaubt du sie nicht das sollte ich auch mal reparieren oh ja da oben eine kiste dann das war der erste ofen erster ofen da der ofen dann die trichter jetzt kommt er wieder nicht dran ich komme da wieder nicht dran die mir wieder zu klein verliebe wird das funktioniert mit der skiff ist nicht was machst du da so noch nicht so jetzt jetzt sollte es funktionieren wenn du dann auch die richtige taste drücken würdest wenn du so als idee pass auf dann kann ich da anträgter setzen da anträgter setzen und da anträgter setzen ja funktioniert was wir jetzt auf jeden fall brauchen ist mehr ton ich finde da noch drin da ist auf jeden fall noch was drin pass auf das kann zumindest dann da rein so das kann da rein da kann zumindest hier parallel schon mal der zweite ofen laufen aber trotzdem werden wir noch mehr brauchen und wir müssen da irgendwie ein bisschen was drum herum bauen das kann ja so nicht stehen bleiben oder kann man eben hier ein bisschen platz schaffen so dass hier müsste mal ganz spontan bisschen gerodet werden so hier hambacher forst weg hier damit das war jetzt aber ganz böse nein das ist ja hier gott sei dank nachhaltig wir bauen ja wieder irgendwo anders wieder bäume an und so so kann der auch weg ja komm der kann auch weg wir können ja erst das hause dahinter jetzt und da nachtritt nicht noch mal schauen wie viel platz für bäume ist die wachsen hier ja gott sei dank ein bisschen schneller als im realen leben das welches material nehmen für das haus wie groß wird das haus jetzt wird jetzt nur eine kleine räucherbude hier kifferhöhle nein als hast du nicht gesagt nein 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 das habt ihr nicht gehört das streichen wir raus das werden wir schneiden du kannst du gar nicht schneiden du weißt du gar nicht wie das geht nehm sei die nagelschere und dann wer weiß was wir sagen mit dem stream mit dem stream mit dem let's play passiert ja das weiß keiner so genau okay so ich glaube hier ist ein bisschen Platz geschaffen worden in der nächsten folge können wir dann entweder ton holen oder das haus bauen oder beides hauptsache wir müssen uns nicht dem bahnhof widmen doch wir müssen uns dem bahnhof widmen das muss auch mal getan werden ja aber wir haben ja noch ein paar folgen Zeit oder ok pass auf das muss auf jeden fall reparieren wir brauchen erde habe ich nicht so viel antriebsschiene zwei normalen schienen was anderes da oh der ist leer wenn der leer ist kann der da auch weg warum läufst du nicht einfach um das haus herum das wird so einfach das wird total einfach eine antriebsschiene zwei normale schienen die brauchst du nicht dafür haben wir den knopf können wir das ja hier lassen das können wir auch hier lassen du überziehst du mit der kekse du brauchst noch ein bisschen erde ja das wollen wir zu ne nicht grobe erde nein nein nicht grobe erde normale erde okay krass hin so wenigstens etwas hier produktiv zu ende bauen ups da war noch ein Loch drunter das soll auch weg so oh die sieht nicht gut aus auch nicht gut aus ja okay damit haben wir schon to do für die nächste folge ähm nein das so so okay die bahnschiene ist zumindest wieder erledigt ist eine in der lore drüben noch ist auf der schiene noch eine lore ich glaube nicht okay ich sollte nachschauen das ist aber eine aufgabe für den nächsten samstag in diesem sinne schöne büße vom niederrhein und schubs mit ups alles nachhaltig es einsammeln wir brauchen das für den neuen hambacher forst mhmh das ist christen ok ihr könnt schon mal abschalten Bis dann. Tschüss.